hallo und willkommen zurück zu radio pixel mein name ist selma und heute zum zweiten montag im zweiten advent sozusagen willkommen zurück zum advent spezial in diesem jahr möchte ich euch ein bisschen so ein paar hardware inspirationen oder projekte an die hand geben und darum fangen wir am anfang mit hardware an die nächsten zwei folgen sind software weil es dann wahrscheinlich schon ein bisschen knapp wird bis weihnachten oder bis zu den ferien weihnachtsferien zwischen den jahren oder wie auch immer die ganze hardware noch geliefert zu bekommen von daher war jetzt die letzte und diese folge mit so ein bisschen hardware das letzte mal hatten wir uns das gotec angesehen weil das ein bisschen kompliziert ist habe ich gedacht nehme ich das hier aus diesem bundle raus und ziehe das nach vorne jetzt gibt es hier um so ein paar andere adapter und sachen die man vielleicht ganz praktisch findet wenn man vielleicht noch eine alte hardware spricht einen alten pc zu hause stehen hat oder auch zum teil bei amiga wie zum beispiel bei diesem adapter hier wenn amiga 1200 oder 600 hat zum beispiel der kann mit diesem adapter zum beispiel einen compact flash karte nehmen und die als festplatte benutzen was ziemlich praktisch ist beim amiga ein bisschen komplizierter weil man da unterschreiben und größeren andere filesystems benutzen muss und so aber das geht auch am pc habe ich mit den dingen mehr oder weniger gute erfahrungen gemacht also es gibt auch noch andere welche die so eine slot blender haben da kann ich dann hinten drüber das als ja an den isa slot sozusagen stecken und kann dann von außen daran was ziemlich gut ist manche haben noch hier sieht man das so ein bisschen so verschraubung dann könnte man theoretisch die in so ein cage für eine zweieinhalb zoll festplatte oder so packen oder irgendwie so und das dann vorne in so ein laufwerksslot einbauen und die karte dann wechseln das muss man muss man dann selber so ein bisschen rausfinden wie das am besten geht hängt von dem bios ab von der karte hängt das ab von ganz vielen dingen ob das funktioniert also wenn er da kein glück habt beim ersten mal einfach mal einen anderen pc versuchen oder eine andere karte versuchen muss nicht beim ersten mal klappen ich hatte da nicht immer so viel glück mit darum meistens nehme ich noch eine traditionelle alte idee platte mit dem gigabyte oder zwei oder drei drauf und benutze die erst mal aber ich habe auch pc schon hiermit ausgerüstet und es funktioniert nur nicht immer was es auch noch gibt sind diese sd zu idee adapter mit denen habe ich wahrscheinlich im großen und ganzen genauso viel glück wie die mit dem komplett kompakt flash adaptern funktioniert mal funktioniert mal nicht also welche jeder nehmt ich lasse hier oben immer den suchbegriff drin den hatte ich hier habe ich einfach nach kompakt flash to idee glaube ich gesucht hier ist er nicht mehr drin aber ja sucht da mal nach guckt euch das ich will jetzt auch keine direkten links oder händler empfehlen das müsste alles selber selber wissen teuer sind die nicht und ich finde man kann es mal ausprobieren kommt natürlich auch darauf an man muss da natürlich darauf achten hier sehe ich jetzt zum beispiel nicht dass man aussuchen kann ob master oder slave ne sieht irgendwie jetzt nicht so aus wahrscheinlich machte das irgendwie cable select was auch nicht immer ganz gut ist und funktioniert ja weiß ich nicht karte defekt hier gibt es auf jeden fall hier scheint es ja schon mal informationen darüber zu geben ob die karte funktioniert also ich kann da auch keine empfehlen ich habe vor jahren mal eine handvoll gekauft und die hälfte davon hat funktioniert und die andere hälfte nicht ja kann funktionieren kann nicht funktionieren ich habe pc's damit die damit laufen und welche nicht ist natürlich praktisch weil die kompakt flash adapter für usb die hat ja nicht wirklich jeder also das format ist ja jetzt nicht mehr so und daher so ein sd adapter haben ja meistens notebooks netbooks und so also meistens hat man da ja eher eine möglichkeit an die ranzukommen wir müssen natürlich darauf achten dass die dann irgendwie dementsprechend formatiert sind was das betriebssystem fett 16 fett 32 oder so verstehen kann sonst wird das natürlich auch nichts oder ihr schiebt es halt rein formatiert zuerst auf dem host system sozusagen und geht dann damit zu eurem aktuellen pc und kopiert dann da irgendwie die software darüber die ihr braucht software kommt dann in der nächsten und übernächsten woche was auch oft ein problem ist sind ja die stromversorgung also die netzteile hier gibt es so von inline so adapter von at auf atx adapter habe ich schon zwei stück von benutzt funktionieren problem ist ja das modernere netzteile also atx netzteile keine minus 5 volt liefern aber manche soundkarten diese minus 5 volt brauchen um richtig zu funktionieren also da könnte könnte man da natürlich ein problem haben und müsste sich dann irgendwo irgendwie noch was zusammenbauen um an diese minus 5 volt zu kommen gibt auch möglichkeiten könnt ihr nach googeln will ich jetzt hier aber keine empfehlen weil ich selbst noch nicht gemacht habe gibt gibt auch andere lösungen dafür aber das ist jetzt so die lösung die ich immer kenne müssen natürlich daran denken hier den die überbrückung für den schalter am anfang weil die atx netzteile ja irgendeinen pin überbrückt haben und die muss man dann an das gehäuse aber ja ist jetzt auch kein akt kann man gut machen ja wenn man dann gucken will ob das netzteil auch die vernünftige spannung raus gibt und so kann man das natürlich einfach durchmessen oder aber wer sich jetzt nicht wenn nicht so versiert damit ist der kann einfach hier so ein vorgefertigtes messgerät benutzen data ide warum hier hdd nochmal steht weiß ich nicht atx itx und was das ist weiß ich schon gar nicht also damit könnte auf jeden fall erstmal so dass die meisten ausgaben messen die aus eurem netzteil rauskommen und es ist ja schon mal schon mal viel wert zu wissen dass das ja nicht zu viel oder nicht zu wenig ist oder so ja müsst ihr dann wissen kann man natürlich auch mit einem ganz normalen multimeter als letztes was was jetzt nicht so offensichtlich ist aber was mir immer sehr sehr hilfreich war ist nämlich so eine lupen leuchte also nicht nur die lupe die braucht man immer ab und zu mal wenn man irgendwie sehen will bei einer ausgelaufenen batterie oder so da kann man natürlich auch mit einer anderen lupe oder mit so einem weiß ich nicht usb mikroskop oder so aber ich benutze meistens hier diese lupe und die hat echt die haben meistens eine ganz gute beleuchtung zumindest die die ich habe so eine ähnliche die gab's wie teuer ist die hier 39 ich glaube ich habe eine meine ich aus den lidl für irgendwie 29 oder so und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden die benutze ich halt wirklich oft und die hilft auch beim ausleuchten in den kanten wenn man an einem gehäuse irgendwie rum werkelt und die steckkarten irgendwas verdecken oder so dann muss man nicht meine taschenlampe in der hand haben also das hilft mir schon ganz gut und das war so der letzte großartige kauf den ich habe ich kann natürlich jetzt noch könnte sagen okay aber auch noch ein lötkolben eine entlötstation hier braucht noch irgendwie was für lötzinn man benutzt was für ein flux man benutzt aber ich denke das ist alles ein bisschen zu kompliziert das braucht ihr im prinzip gar nicht ihr müsst gar nicht so viel löten an dem gotec muss vielleicht eine oder kann vielleicht so eine steckerleiste aufgelötet werden aber das kann man auch anders verbinden also würde ich gar nicht erstmal so weit gehen das heißt wenn man damit erstmal anfängt dann ist das hier schon mal ganz gut dann hat man erstmal so die hardware und hier am ende ist man noch mit einer leuchte bestückt dass man auch weiß was man mache ich denke da kommt ihr dann ganz gut mit über weihnachten und das war es auch schon wieder für den zweiten advent ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr habt eine schöne zweite adventswoche und wir hören uns und sehen uns in der nächsten woche wieder macht's gut bis dahin tschüss dann geht's